Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Heilmethoden aus der russischen Weltraumforschung und ich erkläre euch gleich, warum die hier so weit voran sind weltweit. Begriffe wie Energiemedizin, Schwingungsmedizin, Regulationsmedizin oder eben diese russische Weltraummedizin beinhalten alle eine Gemeinsamkeit. Und zwar ist im Prinzip alles das Gleiche. Es geht um die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit ohne Medikamente, ohne Eingriffe und eben auf natürliche Art und Weise. Die Schwingung, das wissen auch die meisten Leute schon, ist das, was alles Leben ausmacht, das Lebendige. Alles Lebendige kommuniziert miteinander über Schwingungen, über Frequenzen und über elektromagnetische Spannungen. Und diese Kommunikation macht sich diese Technik zunutze und arbeitet nach dem Resonanzprinzip. Früher, da wussten die Menschen noch, dass alles im Einklang sein sollte. Eben Mensch, Natur und Kosmos. Im Idealfall ist alles im Einklang. Das heißt, eine Schwingung, das Heilsein oder auch früher sagt man heilig, das ist sehr nah beieinander. Das ist die Zielsetzung, dass wir wieder heil werden und dazu kann man eben diese Methoden einsetzen. Die moderne Schulmedizin hat einen Fehler gemacht, sie ist gescheitert, weil sie alles zerlegt in Einzelteile. Also es gibt den Urologen, den Kardiologen, den Neurologen, lauter Logen, die den Körper zerteilen, wie in einem mechanischen Bereich, dass jeder für etwas anderes zuständig ist, aber zu kurz kommt der Mensch an sich als Ganzheit. Und wir müssen das wieder zusammenbringen, dass es eben wieder im Einklang aller Systeme ist und nicht getrennt wird. Und die Harmonisierung der Energieflüsse im Körper ist das, was die Russen eben hier erkannt haben, dass das das Wesentliche ist. Die Definition in der Energiemedizin für Gesundheit ist ein funktionierender Informationsfluss im ganzen Körper. Und eine Krankheit ist eben eine Blockade in diesem Informationsfluss. Und eine Heilung findet dann statt, wenn diese Blockade aufgehoben ist und die Energie wieder richtig fließen kann. Und so gibt es eben auch keine chronischen Krankheiten in dem Sinn, wo es dann heißt, damit müssen sie leben, da kann man nichts machen. Sie müssen bis zum Ende ihres Lebens Tabletten nehmen oder leiden. Das gibt es in der Energiemedizin nicht. Da heißt es nur, wenn es chronisch ist, heißt das, eine Stagnation dieses Informationsflusses eingetreten ist. Und die bleibt so lange bestehen, bis sie wieder aufgehoben wird. Also man kann auch chronische Krankheiten sehr gut wieder in Schwung bringen mit der richtigen Schwingung, mit der richtigen Information. Wenn man so eine Blockade hat, dann ist das ganze Informationssystem im Körper gestört. Und so eine Blockade, das kennt jeder, wenn er so eine Schulterverspannung hat und da ist irgendwo so eben eine Blockade drinnen, die kann auf das ganze System hier wirken. Man kann dann weniger Lebensfreude, weniger Energie, man kann Folgeprobleme haben, dass man niedergeschlagen ist. Und es ist wichtig, dass man diese Blockaden einfach wieder aufhebt und die Informationen wieder fließen können. Und so ist eine systematische, ganzheitliche Heilung möglich. Es gibt im Körper zwei Sprachen, nennt man das. Eine chemische und eine elektromagnetische Sprache. So ist eben Chemie, wie die Pharmazie eben handhabt, da irgendwelche Mittel in den Körper hineinzugeben. Die andere Sache ist die Information. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass auch jetzt die neuesten Forschungen belegen, dass letztendlich auch die Substanzen ihre Informationen weitergeben und nicht die Substanz wirkt, sondern die Information in der Substanz. Also wir machen die Abkürzung, wir geben gleich die Information in den Körper. Und so weiß der Körper wieder, wie er sich selber regulieren kann. Weil es wird in der Energiemedizin Wellen oder Frequenzen eingesetzt, um den Körper entweder auch zu analysieren oder auch dann zu regulieren, in die Balance zu bringen quasi, in den Ausgleich. Und das ist die Vorgabe. Und dabei kommen eben dann, es gibt mögliche Übertragungsmöglichkeiten von Frequenzen über Töne, über Licht, über Schwingung, also auch über Vibration oder über magnetische oder elektromagnetische Wellen. Und diese Wellenfelder kommen bei der Energiemedizin oder Regulationsmedizin zum Einsatz und bewirken etwas. Das ist nämlich das Besondere. Es geht nicht um eine reine Energieübertragung, sondern es geht darum, dass eine Information übertragen wird. Das ist auch ein großer Unterschied zu diesen Reizstromgeräten oder TENS-Geräten oder sowas. Hier wird eine Information in das körpereigene Kommunikationsfeld eingespeist. Das heißt, es gibt Geräte, die hecken sich sozusagen in das körpereigene Kommunikationssystem über die Nervenbahn und über das Gehirn ein und geben dem Körper wieder die gesunde Information vom gesunden Organ zur Verfügung. Und dadurch wird eine Resonanz erzeugt und es erfolgt eine spürbar biologische Wirkung. Wir sind ja schon seit Freitag hier und hatten schon die Möglichkeit, vielen Menschen hier das spüren zu lassen. Und auch die Resonanzen, die uns dann hier erreicht haben, waren, dass es eben wirklich die Schmerzen, die die Leute mitgebracht haben, dass die nicht mehr da sind, dass wieder mehr Energie da ist, dass sie sich wohler fühlen, dass gewisse Befindlichkeitsstörungen behoben wurden innerhalb von fünf bis zehn Minuten, weil das ist das Wunderbare daran. Man braucht nicht viel Zeit, es geht schnell und einfach und ist für jeden anwendbar. Ziel ist immer die Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Körpers. Das ist in der Naturmedizin generell die Aussage, dass der Körper sich nur selber heilen kann. Also es kann kein Arzt, es kann keine Medizin den Menschen heilen, sondern nur der Körper kann sich selber wieder in die Norm zurückbringen, sagen die Russen. Also die Vorgänge im Körper können sich normalisieren, weil wenn etwas aus der Norm ist, zum Beispiel der Magen hat Probleme, also man hat Magenprobleme, dann ändert sich dort auch die Schwingung im Magen. Also es findet eine Schwingungsänderung statt und Ziel ist es, das wieder so zu regulieren, dass der Magen wieder seine richtige Frequenz hat und dann sind auch die Schmerzen und die Probleme weg. Das klingt einfach und ist es auch. Also wer es schon mal ausprobiert hat, weiß es. Es ist wirklich sehr einfach in der Handhabung und sehr effektiv in der Wirkung. Man kann mit diesen Verfahren akute und chronische Probleme behandeln, den Alterungsprozess sogar aufhalten. Also es hat auch verjüngende Wirkung. Die Ressourcen im Körper werden wieder aufgefüllt, also auch die Energiereserven. Und die körperliche Leistungsfähigkeit wird dadurch natürlich gesteigert. Wir kommen mit den Belastungen, die uns alle sehr viel zu schaffen machen. Von jeder Hinsicht der Stress und die sonstigen Herausforderungen des Alltags können wir dann wieder besser meistern, wenn unsere Energien im Körper richtig fließen und die Blockaden aufgehoben sind. Und dabei wirkt es eben auch auf der psychischen Ebene. Also wir können mit diesen Frequenzen auch die Stimmung beeinflussen, dass man eben, wenn man niedergeschlagen ist, depressiv oder keine richtige Lust hat und keinen Schwung, kann man mit Frequenzen den Körper wieder aufladen, wieder munter machen sozusagen. Oder es gibt auch Frequenzen, wenn man etwas überdreht ist oder nicht abschalten kann, dass man wieder zur Ruhe kommt und ausgeglichen wird. Selbst solche Prozesse sind mit Informationen einleitbar, also dass man dem Körper die Impulse gibt, dass er sich wieder normalisiert. Man sagt auch dann Änderungen an der Software. Das heißt, wir gehen an die Informationsebene im Körper, an die Software eben. Wir arbeiten nicht an der Hardware, also wir tun nicht irgendwo was rausschneiden oder einbauen oder irgendwelche Geräte, was es jetzt alles gibt, diese Herzschrittmacher und sowas einbauen, sondern wir ändern die Software, also wir ändern das Programm bzw. wir ändern es nicht, sondern wir überschreiben das kranke Programm, das den Körper dazu bringt, dass Schmerzen oder Probleme auftreten, wieder mit der gesunden Information. Und das bewirkt, weil es die Sprache vom Körper selber ist, dass der Körper sich wieder danach einschwingt und dann wieder die Systeme funktionieren. Also es ist wirklich relativ einfach, man kann es auch mit einer Stimmgabel vergleichen. Wenn ein Musikinstrument verstimmt ist, man sagt, der Magen ist auch verstimmt und ich gebe Ihnen wieder den richtigen Ton mit der Stimmgabel vor, dann kann man das Instrument stimmen und so kann man mit so einem Gerät die Schwingung vom Körper auch wieder in die Norm bringen. Ich zeige jetzt mal für diejenigen, die das Bild mitbekommen, so schaut so ein Teil aus. Also das ist ungefähr so groß wie ein Telefonhörer oder wie so ein Rasierapparat in der Größe, hat ein kleines Display, ein paar Tasten und allein mit so einem kleinen Gerät kann man wirklich sehr, sehr viel bewirken. Insgesamt sind diese Ergebnisse und Heilerfolge wirklich eine Revolution in der Medizin und auch wenn die herkömmlichen Systeme das als unkonventionell bezeichnen, ich sage immer, wer heilt, hat recht und wenn es wirkt, dann ist es egal, wie lange es sowas schon gibt und ob es etabliert ist oder sonst was. Es hat wirklich, ich mache das, wie er schon gesagt hat, zehn Jahre und die Leute, die solche Geräte haben, sind sehr zufrieden damit. Und wie gesagt, hier kann auch jeder das mal ausprobieren. Wer irgendein Problem hat, soll sich an Holger wenden, der hilft hier kräftig mit und es kann wirklich jeder testen und schauen, wie dieses Gerät, wie schnell es hier wirken kann. Ja, das Prinzip ist auch, dass nicht gegen eine Krankheit gekämpft wird. Also wir haben jetzt hier nicht das Problem, dass wir herausfinden müssen, welche Krankheit es ist, wie die heilst und wo sie herkommt, sondern es wird die Gesundheit im Körper gefördert, dass das Milieu im Körper so optimal ist, dass die Krankheit von selber wieder verschwindet, weil die dann keinen Platz mehr hat. Also wir kämpfen nicht gegen die Krankheit, sondern fördern die Gesundheit ins Optimum, dass der Mensch wieder in all seinen Bereichen sich wohlfühlt und wieder Energie hat und alle Probleme dann nach und nach gelöst werden. Und deshalb ist es die Medizin der Zukunft, wo niemand mehr hier mit Operationen und anderen Therapien, die oft sehr unangenehm sind, hier belastet werden, sondern am besten in der Prophylaxe gleich den Menschen so gesund halten, dass er gar nicht erst krank wird. Und so ist es eben eine echte Alternative für viele Menschen schon geworden, weil es effektiv ist, kostengünstig, es ist sanft, es ist auch angenehm, die Einwirkung. Also es wird immer wieder bestätigt, es tut auch gut, wenn man so ein Gerät anwendet. Es ist eine natürliche Form und es geht sehr schnell. Und das ist meistens das Problem, es geht wirklich schnell und einfach. Und wir sind es gewohnt, ja, das dauert lang und es ist schwierig. Und ja, damit müssen sie leben. Es geht wirklich auch einfach auf Knopfdruck, dass der Körper wieder seine Regulation findet. Und das Schönste ist, wir haben keine Nebenwirkungen. Also es ist bedenkenlos anwendbar, es gibt keine negativen Nebenwirkungen und kann damit auch nichts ausgelöst werden, was nicht gewünscht ist. Was man natürlich immer machen sollte dazu, weil der Körper selber auch Bedürfnisse hat, zum Beispiel nach richtigen Mineralstoffen und Vitaminen. Und die sollte man auf jeden Fall auch im Auge behalten. Und die Ernährung ist auch klar, spielt auch eine große Rolle. Und was immer wichtiger wird, ist eine Entgiftung. Wir haben auch Möglichkeiten zur Analyse der Körperfunktionen über neueste Technologien, auch aus Russland, bei denen man auch den Mineralstoffgehalt feststellen kann, eben welche Vitamine fehlen, welche da sind, ob elektromagnetische Belastungen den Körper schwächen. Wir haben die Möglichkeit zu schauen, welche Schwermetalle im Körper sind oder auch Aluminium, Leichtmetall. Wir können damit die ganzen Körperfunktionen detailliert abrufen. Und dann dementsprechende Maßnahmen empfehlen. Wer sowas mal ausprobieren möchte oder so einen Scan machen möchte, soll sich auch an Holger wenden. Der hat hier die Möglichkeit, Ihnen da mal hier Einblick zu geben. Ja, das sind so zusätzliche Maßnahmen, die einfach notwendig sind, weil Schwermetallbelastung ist halt einfach etwas, was den ganzen Organismus schwächt. Und Vitaminmangel ist halt aufgrund der nicht mehr vorhandenen Vitamine in der Ernährung oft zusätzlich notwendig. Ja, mein Aufruf ist, nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand. Das kann man ganz wörtlich nehmen, weil dieses Gerät kann man gut in die Hand nehmen und selber bei sich loslegen. Ja, die Russen, was haben die, was wir nicht haben? Die Weltraummedizin ist eben entstanden in den 60er, 70er Jahren, wo die ersten Kosmonauten ins All geschickt wurden und dort eben hier den Weltraum erforschen wollten oder gemacht haben. Das waren extreme gesundheitliche Herausforderungen. Also die hatten kein Magnetfeld, die hatten keine sonstigen Möglichkeiten, auch kein, die konnten nicht joggen oder sonst was gehen. Unter diesen extremen Belastungen mussten sie aber volle Leistungsfähigkeit bringen. Und um das zu überwachen, wurden diese Analysesysteme entwickelt und um sie dann dementsprechend wieder einzutakten, wenn zum Beispiel das Herzensrasen zu Beginn oder wenn Sie auf einmal einen Schwächeanfall haben, wurden dann diese Frequenzen ermittelt, mit denen der Mensch eben wieder seine Leistungsfähigkeit erreicht. Was sie hatten, das war unbegrenztes Budget, eine Spitzenauswahl an Forschern und sie hatten eine ergebnisoffene Forschung. Also es wurde gesagt, forscht mal, wie so ein Körper funktioniert und es gab keine Vorgaben wie bei uns, wo oft die Pharmazie die Forschungen beauftragt und bezahlt, mit Vorgabe, was rauskommen soll. Und nachdem die Russen hier eben nicht von dieser Pharmazie so in die Pflicht genommen wurden, haben die wirklich erforscht, welche Frequenz welches Organ hat und wie man diese Frequenz wieder herstellen kann, um den Menschen wieder in die Norm zu bringen. Und dadurch sind eben phänomenale Erkenntnisse über die Abläufe im Körper entstanden und die können wir jetzt nutzen, weil dadurch wurden die Kosmonauten im Weltraum medizinisch autark. Das heißt, sie konnten ohne Sanitäter und Ärzte und Krankenstationen dort oben gesund bleiben, obwohl sie eben extremen Bedingungen ausgesetzt waren. Und wir können jetzt mit diesen Technologien die Abhängigkeit von den Therapeuten und von den Ärzten lockern, dass wir eben bei den meisten Sachen uns selber wieder gesund machen können, ohne dass wir die in Anspruch nehmen müssen. Also es macht uns auch medizinisch autark und bringt uns wieder mehr Freiheit und natürlich auch Schmerzfreiheit, weil gerade für die Schmerztherapie wurden diese Geräte hauptsächlich auch mitentwickelt und da wirken sie besonders schnell. Wir haben auch eine sehr angespannte Gesundheitspolitik, ich glaube, das brauche ich auch niemandem erzählen. Die Krankenkassenbeiträge gehen in die Höhe und so ein Gerät bekommen sie für einen durchschnittlichen Monatskrankenkassenbeitrag. Und damit können sie die ganze Familie über Jahre hinweg gesund halten. Also von der Relation her ist das überhaupt keine Frage. Aber es ist halt wieder das Thema Eigenverantwortung. Ich muss selber etwas tun und ich muss es selber bei mir machen. Und dadurch hat man aber dann auch die Möglichkeit, dass man wieder in die eigene Energie kommt und in die eigene Macht. Die Anwendung ist einfach, es ist keine Chemie und keine Eingriffe, sondern Regulation der körpereigenen Prozesse. Und da wird wieder das Gleichgewicht hergestellt. Also es ist immer wieder das Gleiche. In die Mitte kommen, ins Gleichgewicht und dazu die richtigen Informationen. Inzwischen sind diese Techniken für alle Menschen nutzbar. Es ist eine echte Hilfe, weil es eben effizient ist und es ist auch seit 30 Jahren in der Praxis in Russland angewandt. Es ist patentiert, zertifiziert. Also es ist rundum bestätigt. Die Firma, die diese Produkte für die Privatleute anbietet, das ist die Firma DENAS. Und das DENAS bedeutet dynamische, elektronische, neuroadaptive Stimulation. Das heißt übersetzt, das ist eine kraftvolle, elektronische, anpassungsfähige Nervenanregung. Das heißt also, über das Nervensystem wird ein Impuls gegeben und der ist kraftvoll und anpassungsfähig. Anpassungsfähig aus dem Grund, dass kein Gewöhnungseffekt entsteht. Also es passt sich den körperlichen Bedürfnissen an. Seit 2004 gibt es die Sachen in Deutschland. Seit 1998 wurde es freigegeben in Russland vom Militär für zivile Nutzung. Und es ist inzwischen in über 30 Ländern erhältlich und hat schon eine ganze Klinik in Russland, die mit diesen Sachen arbeitet, seit 2011. Hier in Deutschland ist es noch relativ wenig bekannt und da arbeite ich eben dran, dass es bekannter wird, weil es ist wirklich eine Bereicherung für die Menschen. Und es gibt über 60 Studien, das sind die offiziellen medizinischen Doppelblindstudien mit allen drum und dran, die die Wirksamkeit belegen. Es wurde natürlich versucht, das zu widerlegen, dass es nicht funktioniert, ist aber leider oder glücklicherweise nicht gelungen. Es funktioniert und auch 200 Forschungszentren auf der ganzen Welt haben sich schon mit dieser Thematik auseinandergesetzt und haben alle festgestellt, wow, das funktioniert wirklich. Und hinter den Kulissen wissen auch die Großen, die viel uns an Informationen vorenthalten, dass das die Zukunft ist. Aber wir müssen uns das halt selber erarbeiten und eben hier die ersten Schritte gehen in die Selbstverantwortung und mit diesen Geräten kann man da sehr schnelle Erfolge eben haben. Es gibt auch schon über 12 Millionen verkaufte Geräte weltweit. Inzwischen sind es wahrscheinlich schon ein paar mehr. Aber es ist wirklich ein Siegeszug, der da von Russland hier um die Welt geht und allen Menschen hilft, wieder ihre Gesundheit zu erlangen und weniger leiden zu müssen an den Schmerzen oder an den Nebenwirkungen der Medikamente. Es gibt auch viele Auszeichnungen schon, Zertifikate für CE-zertifiziert ist es, also es darf auch in Europa verkauft werden. Die russische Militär hat auch Auszeichnungen für diese Produkte schon verteilt, wegen der schnellen schmerzstellenden Wirkung. Weil man kann sich vorstellen, dass gerade im Militär bei Soldaten das sehr oft eingesetzt werden kann oder muss, weil es sind halt auch besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Auch die Fallschirmspringer nehmen solche Geräte, um sich wieder selbst einsatzfähig zu machen. Also da gibt es sehr viele Einsatzmöglichkeiten von jeder Art. Ziel ist immer die Bewältigung der Ursache einer Krankheit und die Stärkung der körpereigenen Heilungskräfte. Das heißt, es geht an die Ursache heran, nicht an Symptom, sondern es wird auch die Ursache gelöst, die sich halt irgendwo im Körper befindet. Die Informationen gehen dorthin, wo sie gebraucht werden. Der Körper ist hochintelligent und dieses Gerät sendet einen neuroähnlichen Impuls, ein Signal aus, das den körpereigenen Signalen so ähnlich ist, dass der Körper das als eigenes Signal erkennt. Also er bekommt die Information von dem gesunden Organ, von der gesunden Schwingung und passt sich dann sehr schnell an diese gesunde Schwingung an und die Abwehrkräfte werden gestärkt und der Mensch wird wieder gesund. Und das ist die, eigentlich ist das alles. Also es ist nicht Hexerei, sondern es sind ganz einfache Vorgänge. Es schaut in der Grafik, die Leute hier können es sehen, so in etwa aus, dass die Elektrode des Geräts wird auf die Haut aufgelegt und mittels Strom, also es ist eine Batterie drinnen, die überträgt quasi die Information auf die Nervenzellen und das körpereigene Kommunikationssystem leitet dann diese Information weiter ans Gehirn und das Gehirn erkennt die Information, sagt dem Organ quasi, was es tun soll, eben wieder Regulation in die Norm zurück und sofort beginnt dieser Reparaturvorgang. Das Organ gibt dann eine geänderte Information über das Gehirn wieder ans Gerät und das Gerät gibt wieder die nächste Information rein. Es findet quasi eine Kommunikation statt, quasi telefoniert das Gerät mit dem Körper und sagt hier, da ist was zu regulieren, mach mal. Und der Körper reagiert darauf. Also es geht deswegen sehr schnell und einfach. Ich habe gerade vorhin gesagt, Nebenwirkungen gibt es keine. Es gibt auf jeden Fall keine unerwünschten Nebenwirkungen, aber es gibt ein paar erwünschte Nebenwirkungen. Das ist mal was anderes. Wir kennen alle den Beipackzettel, wo dann drinsteht, was es alles hervorrufen kann. Hier gibt es Sachen, die äußerst positiv sind, die nebenbei somit auftreten können. Zum Beispiel, also erstmal Schmerzlinderung. Die Schmerzen, das ist oft der Einsatzgebiet, wenn jemand Probleme mit der Schulter hat, mit dem Knie, mit dem Rücken. Die Schmerzen gehen wirklich sehr schnell weg. Wenn man es einmal macht, hat man meistens schon einen Soforterfolg. Bei längeren Geschichten, die man schon länger mit sich herumtragt, muss man halt ein paar Mal länger. Also das heißt jetzt ein paar Mal, drei, vier Tage, jeden Tag, fünf bis zehn Minuten, bis es dann ganz weg ist. Aber meistens hat man schon Erfolg beim ersten Mal. Es ist nebenbei noch durchblutungsfördernd. Das heißt, dass die Gefäße sich erweitern, die Durchblutung gefördert wird. Es gibt einen Anti-Stress-Effekt. Das heißt zwar jetzt nicht, dass die Stressursache behoben werden kann, wenn das der Chef ist oder der Nachbar oder der Partner. Die Ursache kann man in dem Fall nicht immer mit einem Gerät beheben. Aber zumindest kann der Körper mit dem Stress besser umgehen, weil der Stress im Körper sich löst. Man wird gelassener. Und das ist ein Effekt, der auch einem zugutekommt, wenn man eben Belastungen hat über elektromagnetische Störfelder oder geomantische Störfelder oder über sonstige Stressauslöser. Man wird stärker und stabiler und kann damit besser umgehen. Das ist ein so ein Effekt, den man oft merkt, wenn man das Gerät öfters benutzt. Außerdem gibt es die Ödöm-Hemmung. Das heißt, dass der Lymphabfluss besser wird. Der Abtransport von Schadstoffen wird erleichtert. Dann kann man es auch zur Blutstillung oder zur Wundheilung mit einsetzen. Also die Heilung zum Beispiel nach einer OP geht viel schneller, wenn man so ein Gerät dazu nimmt. Auch für Narbenentstörungen und so was kann man es gut verwenden. Auch bei Tauben, Körperstellen, wo die Energiebranen unterbrochen sind, haben wir sehr gute Erfolge damit. Es gibt auch eine kosmetische Wirkung. Das heißt, so ganz nebenbei werden auch die, zum Beispiel im Gesicht, die falten weniger. Die Gesichtshaut wird straffer. Man hat wieder ein strahlenderes Aussehen. Das wird besonders von Damen sehr geschätzt. Das nebenbei eben auch hier, wenn man auf einmal jünger ausschaut. Und auch die ganze Haut wieder besser durchblutet wird. Muskelentspannung, das heißt auch Verspannungen. Das wissen wir ja. Der Rücken ist verspannt, weil man die ganze Zeit hier am Computer gesessen ist. Oder sonstige Krämpfe oder Koliken. Kann man alles wieder entspannen mit den richtigen Frequenzen. Das wird alles wieder lockerer und normalisiert. Man kann auch Allergien damit sehr erfolgreich behandeln. Also einen Allergieschub, wenn jemand hat. Weil es fliegen ja gerade wieder alle möglichen Pollen und Sachen umeinander. Wer da hier gereizte Schleimhäute hat, die Nase tropft, die Augen, Tränen. So etwas bringt man innerhalb von 5 Minuten zum Stillstand. Die Allergie, die dahinter steht, also diese Überempfindlichkeit auf gewisse Dinge, die kann man auch mit der Zeit abbauen. Das heißt, dass diese Anfälle dann immer weniger werden. Das ist ein Zeitraum von ein paar Tagen, ein paar Wochen, maximal ein, zwei Monaten. Und dann hat man das Problem gelöst. Aber wie gesagt, die akuten Sachen gehen sehr schnell. Und die anderen Sachen dauern ein bisschen länger. Aber der Zeitraum bleibt überschaubar. Also meistens sind es ein paar Tage oder maximal ein paar Wochen, wo man so eine chronische Geschichte in den Griff bekommt. Man kann es auch zur Fiebersenkung einanwenden, wo es notwendig ist. Nicht jedes Fieber muss gesenkt werden. Aber man kann damit auch wieder die Vorgänge im Körper harmonisieren, dass das Fieber nicht mehr notwendig ist. Man kann auch, wenn jemand in Ohnmacht fällt oder bewusstlos ist, ihn wiederbeleben. Also es gibt ja hier inzwischen schon diese, wie heißen die Geräte, wo man da Strom erzeugt. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die braucht man nicht unbedingt. Man kann mit so einem kleinen Gerät auch eine Frequenz einstellen, an die Nasenspitze über der Lippe und unter der Lippe ansetzen. Und auch ein bewusstloser Ohnmächtiger wird wieder klau und kann wieder aufwachen. Habe ich zwar noch nicht ausprobieren müssen oder dürfen, aber wenn mal jemand umfallen will, dann sollte ein Dehnungsgerät in der Nähe sein. Dann haben wir noch eine Stärkung generell des Immunsystems. Entzündungen werden gehemmt. Der ganze Stoffwechsel wird normalisiert. Der Fettstoffwechsel, Eiweißstoffwechsel, das wird alles wieder normalisiert. Einfach durch die Anwendung. Also auch wenn ich Zahnschmerzen behandle, tut es meinem Stoffwechsel gut. Und es tut auch meinen Drüsen und Hormonen gut. Weil alles wieder richtig in Schwung gebracht wird, dass es wieder normalisiert wird. Also auf allen Bereichen hat man hier eine ganzheitliche Wirkung. Ja, und die meisten sind überrascht, wie schnell es wirkt. Also wir hatten hier auch schon heute Morgen die Aussage, ich hätte nicht gedacht, dass man das wirklich merkt. Der Arm ist besser geworden oder man kann auch die Sehstärke optimieren. Auf einmal sehen die Leute wieder klarer nach fünf bis zehn Minuten mit so einer Anwendung. Und was die meisten aus der Naturheilkunde wissen, dass die Krankheiten, also die langjährig angesammelten Probleme, in umgekehrter Reihenfolge verschwinden, wie sie entstanden sind. Also zuerst das Akute und mit der Zeit dann so nach und nach diese langwierigen Probleme, die man schon lange mit sich rumschleppt. Aber es ist, wie gesagt, das Ziel ist immer, dass der Körper wieder einwandfrei funktioniert, die Zellen Schwung haben und dass man sozusagen in der Mitte ausbalanciert ist. Dabei ist es vollkommen egal, welche Ursachen die Krankheit hat. Also es ist jetzt egal, ob ich mir den Magen verdorben habe mit der Sahnentorte oder ob mir jemand reingeboxt hat oder dass ich ein Problem habe, das sich auf den Magen schlägt. Wenn ich dem Magen wieder die richtige Information gebe, dann bekommt er wieder seine volle Leistungsfähigkeit und die Probleme verschwinden. Also ich muss jetzt nicht lange Ursachenforschung machen, sondern ich halte es dahin, wo es wehtut, solange es nicht mehr wehtut. Und das ist auch für sich schon die ganze Bedienungsanleitung. Aber es gibt schon noch ein paar Feinheiten. Ja, die Russen gehen dann sogar so weit, dass sie sagen, es gibt Einschränkungen und zwar anhand des Patienten. Also es gibt Leute, die sich krank nennen, die wirklich gesund werden möchten. Und da ist die Wirkung bei 100 Prozent. Es gibt auch Leute, die sich mit ihrer Krankheit abgefunden haben oder einen Vorteil aus der Krankheit haben. Das ist auch eine Erscheinung in dieser Zeit, dass manche sich so an ihre Krankheit gewöhnt haben, dass sie sie gar nicht loswerden wollen. Und dann gibt es auch die Leute, die gar nicht mehr wollen. Also wenn jemand schon auf Modus Ich verlasse jetzt hier den Planeten geschaltet hat, dann ist die Wirkung eingeschränkt. Aber wie gesagt, die Leute, die wirklich gesund werden wollen, die haben mit diesen Techniken die Möglichkeit, auch wirklich wieder gesund zu werden. Eine Studie gibt es aus dem Jahr 2001 schon. Also das ist schon eine Zeit lang her. Aber da haben die wirklich hier geforscht, in einem Institut in Novosibirsk, wie die Wirksamkeit ist. Und die Zahlen sind bei Atmungsorgane, Erkrankungen, Herz-Kreislauf-System, Verdauungssystem, Schlaganfall, Migräne, Bandscheibenvorfall, Schwerhörigkeit, Erkrankungen, Haut- und Bindegewebe. Also da sind die Erfolge, beachtliche Besserung oder Heilung im Durchschnitt bei 86 Prozent, wo wirklich hier das Gerät die Menschen wieder in Gesundheit gebracht hat. Eine Besserung hat es immer noch im Durchschnitt bei 12 Prozent gegeben. Also das sind Zahlen, da kann die herkömmliche Medizin nur davon träumen. Und es gibt auch ein paar, also zwei Prozent im Durchschnitt, wo es nicht anschlägt. Das hat dann meistens auch Gründe, wie vorhin genannt, oder eben auch, wenn ein Thema, ein psychisches Thema dahinter steht, irgendein Trauma oder irgendein, eben ein seelischer Konflikt, da ist dann auch die Wirksamkeit der Geräte eingeschränkt. Weil das möchte dann angeschaut werden und der Körper sagt hier, schau mal hin auf, warum deine Blase sich dauernd entzündet oder warum die Schulter so schmerzt. Dann ist es keine organische Sache, sondern dann ist die Seele, die da rausschreit und sagt hier, du musst mich anschauen und dann reagiert der Körper auch nicht drauf. Das sind dann hier diese zwei Prozent, wo es dann nicht wirkt und da sollte man dann Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt da sehr gute Therapeuten, die sich auch um die seelische Ebene kümmern. Was aber das Besondere daran ist, ist die letzte Spalte, das heißt Verschlimmerung. Und da ist durch die Bank 0,0 Prozent, also bei keinen der eingesetzten Fälle ist jemals eine Verschlimmerung des Zustandes zustande gekommen. Das heißt, es kann nicht irgendwo etwas Negatives bewirken. Es kann nur entweder helfen und schlimmstenfalls passiert gar nichts. Aber man kann nicht durch den Einsatz der Geräte irgendwelche Prozesse im Körper auslösen, die nicht gewünscht sind. Und das ist auch der Grund, warum es zugelassen ist für Privatleute, dass sie sich selber behandeln. Weil sie können eben nicht irgendwo in eine Situation kommen, die schlimmer ist wie die Ausgangssituation. Und das ist einfach so, weil wenn die Selbstheilkräfte aktiviert werden, der Organismus kann sich selber nicht schaden. Das ist eine Programmierung, die bei jedem Menschen drinnen ist. Der Körper ist immer auf Richtung Heilung programmiert, aber nie auf Selbstzerstörung. Ich kann natürlich, wenn ich das Falsche einfülle, also mich nur von schlechten Sachen ernähre, wie jetzt viel Zucker und Mehl und Alkohol und sonstigen Sachen, den Körper nicht gut tun, kann ich ihm von außen schauen. Aber der Körper von innen versucht immer, das Bestmöglichste herzustellen. Und deswegen ist es absolut sicher und absolut harmlos und auch sehr wohltuend in der Einwirkung. Also wer es mal ausprobiert hat, sagt, oh, das ist aber jetzt angenehm. Also es ist mal eine Behandlung, die wirklich auch gut tut. Die Anwendungsmöglichkeiten, die sind so breit gefächert, dass ich kaum was gefunden habe, wo man es nicht anwenden kann. Also grundsätzlich bei akuten und chronischen Schmerzen. Dann haben wir die allgemeinen Befindlichkeitsstörungen, auch Nervosität, Unruhe, Ängste und einfach, dass man sagt, irgendwie mir geht es heute nicht gut. Man kann es aber nicht genau definieren. Es ist jetzt kein direkter Schmerz, sondern auch so eben Befindlichkeitsstörungen. Da kann man auch sehr gut wieder in die Mitte kommen, wie man so schön sagt. Dann auch die Rehabilitation, wenn man Unfall oder OP oder was hinter sich hat. Es wirkt sehr beschleunigend in der Heilung. Also auch da kann man es einsetzen. Man kann es grundsätzlich mit jeder Form von herkömmlicher Therapie kombinieren. Also man muss nicht sagen, entweder oder. Man kann trotzdem noch seine Medikamente weiternehmen, wenn man meint, man braucht sie noch und kann das parallel machen. Also es kann nicht die Wirkung der Tabletten aufheben oder der Chemotherapie oder der sonstigen Therapien. Man kann immer zusätzlich den Körper dazu animieren, dass er alle Kräfte mobilisiert, dass man wieder gesund wird. Und so ist es eben auch bei der Prophylaxe, Vorbeugung. Man kann auch schon vorher alles regulieren, bevor es überhaupt zu der Krankheit kommt, bevor sie ausbricht, kann man schon mit dem Gerät. Da gibt es ein Prophylaxe-Programm, dass auch wenn man jetzt nicht weiß, wo gerade Bedarf ist, es braucht bloß fünf Minuten und das Gerät findet die Stelle, wo es behandeln muss und macht es dann auch selbstständig. Und so wird halt alles erleichtert und beschleunigt. Und auch in der Schwangerschaft kann man es eingeschränkt anwenden, aber auch für Kinder, Senioren, für alles ist es geeignet zum Einsatz. Ja, konkrete Einsatzbereiche sind... Ja, haben wir schon gehabt, Schmerzbehandlung ist klar, Arthrose, Rheuma, Bandscheibenprobleme, Entzündungen, Verspannungen, Schwellungen, Hals, Nasen, Ohrenbeschwerden. Auch die Sehstärke kann behandelt werden, also man kann wieder besser sehen. Manche haben es auch schon geschafft, damit ihre nicht geliebte Brille abzusetzen und dass sie die nicht mehr brauchen. Schlafstörungen, Blutdruckprobleme, da haben wir sehr gute Erfolge auch. Allergien, Kinderheilkunde. Also es gibt ein breit gefächertes Einsatzspektrum und die Liste der Gegenanzeigen, die ist sehr kurz gehalten. Und zwar, wenn jemand einen Herzschrittmacher oder sonstige elektronische Geräte, die jetzt momentan sehr gerne eingebaut werden im Körper, da ist es nicht anzuwenden, weil die Frequenzen des Gerätes könnte die Sender dieser Defibrillatoren und was es alles gibt hier stören, wo es kein Problem ist, wenn jemand ein künstliches Gelenk hat oder diese Stents, die jetzt auch vermehrt eingesetzt werden, also Metall im Körper, ist kein Problem. Nur elektronische Geräte, die könnten darunter leiden unter dieser Schwingung. Epileptische Anfälle, wenn jemand hat, sind auch nicht mit dem Gerät zu behandeln. Und es gibt Leute, die haben eine Unverträglichkeit von elektrischen Strom. Und wenn so eine Unverträglichkeit da ist, dann langen die so ein Gerät sowieso nicht an, weil die da eben übersensibel sind. Aber ansonsten kann es wirklich jeder einsetzen. Einen Arzt sollte man noch fragen, wenn man längere Zeit Fieber unbekannter Herkunft hat. Und bei Venenthrombose sollte man auch mal den Arzt erst aufsuchen. Und dieser Zustand akuter alkoholischer Erregung, den finde ich immer eine sehr gute Umschreibung von einem Vollrausch. Also im Rausch sollte man es auch nicht anwenden, beziehungsweise da wirkt es nicht. Auch wenn man starke Schmerzmittel nimmt oder Drogen oder sowas. Weil dadurch die Nervleitungen unterbunden werden. Also es wird quasi die Leitungsfähigkeit der Nervenbahnen geschwächt. Und deswegen können diese wirksamen Signale auch nicht mehr dahin kommen, wo sie hinkommen sollen. Also warten, bis der Rausch vorbei ist. Den Kater am nächsten Morgen kann man gern wieder mit dem Gerät behandeln. Aber während eines Rauschzustandes ist es nicht anzuwenden. Aber sonst gibt es kaum Einschränkungen. Ja, Gerät auf den Schmerzpunkt aufsetzen. Man macht es ein bis drei Mal am Tag, fünf bis 15 Minuten. Da eben wo es weh tut und dann lösen sich die Probleme. Also es ist wirklich äußerst einfach. Das ist das, was erstmal bei uns im Kopf rein muss, dass es auch so einfach gehen kann. Und nicht mehr wie drei Probleme in einer Sitzung sollte man angehen. Und nicht mehr wie drei Sitzungen am Tag. Weil der Körper auch ein bisschen Zeit braucht, um diese Schwingungen dann hier zu integrieren. Und sich dann auch einzupendeln. Aber man kann das ja dann am nächsten Tag weitermachen. Ist ja kein Problem. Jo, die Vorteile, die liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand. Es ist klein, praktisch. Man kann es überall mitnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen, eben keine unerwünschten Nebenwirkungen. Keine weiteren Kosten, bis auf die zwei kleinen Batterien, die wirklich gut ein halbes Jahr reichen. Wenn nicht sogar länger. Also es ist wirklich auch sehr sparsam im Energieverbrauch. Und man hat eine sofortige Hilfe bei Notfällen oder bei Unfällen. Wenn sich jemand verletzt hat, man kann sofort etwas machen. Und dadurch verliert man auch die Angst vor Krankheiten und vor Schmerzen. Weil das ist das, wir wünschen uns immer an Gelegenheiten Glück und Gesundheit. Gesundheit ist so das wichtigste Gut, das wissen wir. Aber dass man das eben auch selber in die Hand nehmen kann, das macht uns freier. Weil wir dann eben wissen, selbst wenn man bloß beim Schnupfen anfängt, eine Erkältung. Man muss nicht eine Woche im Bett liegen und sich dann mit zur Nase und schmerzenden Hals abplagen. Sondern man hat was. Man braucht keine Angst mehr haben, auch vor schlimmeren Krankheiten. Weil wenn man weiß, dass man ein Gegenmittel hat, dann verliert man auch die Angst davor. Psychische Bereiche, das habe ich auch schon erwähnt, dass es auch bei psychischen Bereichen sehr effektiv hilft. Und die Krisenzeiten. Also viele reden von der Krise. Wir wissen nicht, was kommt. Aber es kann sein, dass es eben nicht so weiter geht wie bisher mit der medizinischen Versorgung. Und die Krise rückt immer näher. Wir wissen, dass in vielen Ländern schon die Versorgungslinien abgebrochen sind in Ausnahmesituationen. Wenn hier mal der Strom ausfällt, ja, dann gibt es keine Apotheke mehr, wo man Schmerzmittel bekommt. Die Krankenhäuser, die haben vielleicht ein anderes zu tun, als sich um die Zahnschmerzen von jemandem zu kümmern. In solchen Fällen, manche machen Krisenvorsorge mit irgendwelchen Essensrationen und Edelmetallen. Aber was hilft es mir, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann kann ich einen Berg voll Gold haben. Ich muss den Zahnschmerz losbekommen. Und hier hat man auch eine sehr einfache, effektive Möglichkeit, wie man sich selber seinen nahestehenden oder hilfsbedürftigen Menschen auch in Krisen beistehen kann. Die Schönheitsbehandlung spreche ich nochmal an, weil da gibt es auch eine eigene Produktserie. Weil da wirklich auch die Schönheit der Frauen wieder zum vollen Maße hervorgebracht werden kann. Die kann auch ausprobiert werden. Ich habe so eine Maske dabei. Ja, und dann haben wir noch eben die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt oder bei Sport, ein legales Doping, weil das kann nicht nachgewiesen werden. Wenn es bei einer Wanderung im Gebirge irgendwo mal ein Fehltritt passiert und der Knöchel ist angeschwollen, muss ich jetzt nicht einen Helikopter holen, sondern ich kann mit dem Gerät einfach sofort wieder das in Gang bringen und kann wieder weiterlaufen. Oder eben man ist in fernen Ländern unterwegs, wo man das Essen nicht verträgt. Das macht dann nicht so viel Spaß, wenn man den ganzen Urlaub hier nicht weiter wie fünf Meter von der Toilette weggehen kann. Ja, damit kann man auch den Magen wieder herstellen. Man kann wieder, egal ob Durchfall oder Verstopfung, das bringt man innerhalb von fünf bis zehn Minuten sehr schnell wieder in den Griff. Ja, so ist eben der Leitspruch, nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand. Mit so einer DENAS-Therapie ist es wirklich möglich, dass Sie sich autark machen. Um nochmal die Geräte vorzustellen, so schaut eben dieses neueste Modell aus, das ist das PCM6. Also es gibt schon fünf Vorgängermodelle und ich bin sehr glücklich über dieses neue Modell, das seit Januar am Markt ist, weil es endlich auch in deutscher Sprache zu bedienen ist und sehr einfach, weil es auch die Zonen anzeigt, wo man es hinhalten muss. Also es ist wirklich, also die Russen machen schon sehr gute Innovationen. Es hat eine ansprechende Form und es sind auch 24 Programme voreingestellt, also 24 übliche Krankheiten. Die üblich kommen von übel. Also man kann die Krankheit aussuchen, die man loswerden will. Das geht relativ einfach und dann schaltet man noch die Power ein, also die Stärke und schon kann man loslegen. Es ist auch ein Kindermodus drinnen, dass man bei Kindern nicht versehentlich zu stark behandelt, also quasi eine Leistungsreduzierung, dass man eben die Kinder nur ganz sanft behandeln kann und eben in fünf Sprachen. Das zweite Gerät, das eben so ein Bestseller ist, ist dieses Cardio, Diadens Cardio heißt es. Damit kann man den Blutdruck regulieren. Es schaut zwar aus wie ein Messgerät, aber man kann damit nicht messen, sondern man bringt den Körper wieder dazu, dass er seinen optimalen Blutdruck für diesen Menschen in dieser Zeit, an dem Moment wieder hervorruft. Also der Körper kann das schon selber. Also es tut nicht wie Medikamente den Menschen einstellen oder runterdrücken den Blutdruck, sondern es optimiert den Körper alle Prozesse so, dass er wieder seinen optimalen Blutdruck findet. Und zwar auch dauerhaft. Nach ein paar Wochen bleibt der Blutdruck dann auf dem für den Patienten akzeptablen Niveau. Und es ist absolut einfach, das schafft auch jeder nicht-technische Begabte, auf einen Knopf zu drücken. Und das Programm läuft automatisch fünf Minuten. Und ab einer halben Stunde, ungefähr kann man nachmessen, geht er meistens beim ersten Mal schon runter. Also die Leute sind meistens verblüfft, wie schnell das wirkt. So ganz nebenbei wird man dadurch natürlich auch leistungsfähiger. Die Lebensqualität steigt, weil man eben nicht mehr so unter Druck ist. Man wird gelassener, man wird stabiler und auch bei anderen Herz-Kreislauf-Problemen, auch wenn es jetzt nicht der Blutdruck ist, es wirkt auch bei, ja, wenn jemand erhöhten Puls hat oder Herzflimmern oder sowas, es tut das ganze Herz-Kreislauf-System wieder normalisieren. Die, ja, die Wirkung ist auch bei niedrigem Blutdruck, dann geht der Blutdruck nach oben, weil es eben regulierend wirkt. Es bringt immer wieder das Optimum in die Mitte. Und das ist eben ein Problem, das sehr viele Menschen haben. Also über 50 Prozent der über 50-Jährigen haben heutzutage Blutdruck-Probleme. Und 90 Prozent der über 50-Jährigen nehmen täglich Tabletten ein, die eben gegen Blutdruck oder sonstige Sachen, also Chemie. Und da sollte man wirklich mal was ändern und hier wieder mit natürlichen Methoden wieder den Körper dazu bringen, dass er nicht diese Chemie alles schlucken muss. Und da ist zum Beispiel eben dieses Kario-Gerät ein gutes Einstiegsgerät. Das ist auch zum Preis von 99 Euro keine große Investition. Das PCM-Gerät ist momentan bei 499, bloß mal so als Hinweis. Ja, die DENAS-Brille, die schaut nicht nur ganz cool aus. Man fühlt sich wie Batman, wenn man die aufhat, oder Zorro. Die hat aber eine Wirkung und zwar bringt die die Impulse an die Augen, an die augenaktiven Zonen und dort wirken sie auf die Sehnerven ein und trainieren die Augen, dass sie wieder ihre optimale Sehstärke wieder herbringen. Besonders effektiv ist es auch bei übermüdeten Augen, wenn man angestrengte Augen hat, wenn man lang gelesen hat oder lang unterwegs war, hat man sofort wieder einen klaren, frischen Blick. Aber auch bei grauen Stau und grünen Stau haben wir inzwischen sehr, sehr gute Erfolge damit. Ja, und die Applikationen, das sind auch so sinnvolle Zubehörteile, die man an Körperstellen ansetzen kann, wo man mit dem Handgerät nicht so einfach hinkommt. Das macht die Anwendung etwas bequemer, kann man eben mit dazu nehmen. Und dann gibt es auch noch für die Rückenpatienten, die eben mit Rückenprobleme haben, egal ob das jetzt Ischias ist, Verspannungen im Rücken, Bandscheibenvorfälle oder Haltungsschäden und so weiter, gibt es eine Rückenmatte, die schaut ziemlich abgespaced aus. Und man kann sich da drauflegen, die Behandlung dauert 23 Minuten und der Rücken wird mit einer einzigartigen Impulsmassage wirklich wieder, ich sage immer, neu programmiert. Also er bekommt die Informationen, die Schmerzen gehen weg und man hat, wenn man aufsteht, eine ganz andere Haltung. Also die Leute, die das alles schon ausprobiert haben, sind durch die Bank begeistert, weil es wirklich auch hartnäckige Rückenschmerzen relativ in einem kurzen Zeitraum wegbringt. Und da an der Wirbelsäule, wie die meisten bekannt ist, auch alle Organe mit der Energieversorgung dranhängen, hat man gleichzeitig auch eine Organmassage. Und das muss man erstmal jemandem nachmachen, wie man Organe massieren kann. Aber über die Frequenzen ist auch sowas möglich. Und so hat die Rückenmatte eben auch eine Wirkung auf die Milz, auf die Leber, auf die Augen. Also nicht nur Rücken selber, sondern auch eben die ganzen Organe. Ja, das ist die Kosmetikmaske. Es gibt auch Literatur darüber. Ihr könnt es gerne an unseren Stand kommen und das mal anschauen. Also auch die Theorie wird für euch bereitgestellt. Die Programme sind sehr einfach zum Bedienen. Und das sind jetzt hier die Krankheiten, für die es eingesetzt wird, von Allergien über Schmerzen, über Verletzungen, Erkältungen, also die ganze Bandbreite. Dann gibt es spezielle Frequenzen, die bei Schmerzen wirken, die im Kopfbereich eingesetzt werden oder für Drüsen oder Antistress oder Entspannung. Also da kann man auch die Frequenzen einzeln anwählen. Und dann gibt es noch ganz spezielle Frequenzen für einzelne Problembereiche, für die Blase, für die Nasennebenhöhlen, bei Einschlafstörungen. Also da gibt es einen ganzen Katalog. Da kann man dann schauen, wo das Problem ist. Und stellt die Frequenz ein, hält das Gerät hin und schon geht die Regulation los. Und so hat man sehr schnell und übersichtlich hier alles in einem Gerät und kann es überall mitnehmen. Es gibt noch ein MED-Programm, ich habe es vorhin schon erwähnt, zur Prophylaxe. Das setzt man an, an diese Hegozone, das ist zwischen Daumen und Zeigefinger, hält das Gerät hin und dann gibt es einen Impuls im Körper. Es schaut quasi, wo irgendwas aus der Balance ist und reguliert es dann auch gleich selbstständig, ohne dass man da weiter was machen muss. Einfach nur hinhalten und warten, bis das Programm fertig ist. Das wird sehr gern angewandt, weil es halt einfach alle gerade im Moment bedürftigen Systeme unterstützt und optimiert. Über die Reflexzonen kann man auch behandeln, also über die Fußsohlen oder auch über die Handflächen kann man indirekt die Organe erreichen. Das ist auch eine sehr geschätzte Funktion, dass man eben nicht am Rücken das Gerät halten muss, sondern man kann auch die entsprechende Zone an der Hand behandeln und der Rücken wird einfacher. Und so passt eben dieses Gerät in jede Tasche. Es besteht eben noch das Angebot, das alles mal auszuprobieren. Wer eine Erfahrung gemacht hat, ist viel wertvoller als viel Theorie. Deswegen lade ich euch an, auf unseren Stand zu gehen. Oder ihr könnt auch im Internet auf die Seite www.emgwd.de nachschauen. Bitte kurze E-Mail schreiben, dann bekommt ihr Informationen, so viel ihr vertragen könnt. Also in zehn Jahren habe ich ein sehr breites Spektrum an Informationen und Hintergrundwissen angesammelt, das ich gerne zur Verfügung stelle, allerdings auf Anfrage dann. Und ja, wie gesagt, kurze E-Mail schreiben. Ja, jetzt wisst ihr, wie der Hausarzt in jede Tasche passt. Wir können auch eine Kurzanalyse noch machen, dass man mal schaut, wie die Organe und Systeme bei Ihnen beieinander sind. Und das können wir innerhalb von drei Minuten machen mit dem Rofi-System. Einfach vorbeikommen. Wir können auch die Sehstärke mal verbessern. Wir haben auch noch ein paar andere spezielle Sachen, wie Zeolit. Wir haben das Enteros-Gel, das auch die Schwermetalle ausleiten kann. Und ich habe auch ein bisschen Mumio dabei. Ein paar Insider wissen, was das ist. Das ist dieses Black Goo, das Positive von der Erde. Da habe ich auch noch ein paar Dosen dabei. Wenn das interessiert, soll sich auch mal melden. Man kann das wirklich spüren, was sich da bewegt. Also das ist sehr intensiv. Wie gesagt, anders denken, anders handeln, dann haben wir andere Ergebnisse. Und es wäre natürlich schön, wenn viele Leute hier wirklich wieder gesund und fit sind. Und somit ihre Widerstandskräfte stärken, die sowohl für einen selber nützlich sind, als auch für das Kollektiv. Weil je mehr Widerstandskräfte wir haben, umso stärker sind wir. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Das erste Okidog Medium Festival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bämmer's Oldtimerfeind und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmark. Veranstaltet in Rudolf Bämmer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020